Und jetzt nur keine Angst vor dem Sieg bekommen. Jetzt glaub an dich und spiel es einfach so weiter, wie du es gemacht hast in den letzten 15, 20 Minuten. Dann passieren, fängt jetzt aber auch ohne Triple an. Das ist natürlich die Chance für Luis, da jetzt das Break zu landen. Und der haut den ersten erstmal in die Triple-Eins, korrigiert das brillant. Aber nur 79 Dinger heißt keine Probleme für Münch. Einfach weiter dein Aufschlagsspiel. Und ich sage, ja, ja, einfach, einfach, einfach ist das nicht. Es ist einfach fantastisch, was er da macht. Ganz fantastisch. Wenn ich heute Abend im Bett liege, höre ich Bochum von Grönemeyer. Ja, nicht nur das. Ich wollte gerade sagen, ich singe es, aber das will ich denen gut machen. Ja, warte. Kevin, alles auf für 19, für 170. Jawohl, einen Dreifahren haben wir. Wir brauchen noch einen. Nehmen wir mit. Und jetzt ist Single, reicht uns auf für 170. Und damit gehst du gefälligst von dieser Bühne. Mit dem 3-1-Sieg im Rücken und mit der 170 zum Beglücken. Er wird es tun. Er wird es tun. Ich habe das irgendwie, weiß ich auch nicht. Das wird er machen. Das wäre die vierte, 170. Auffassen, er knackt das Ding jetzt. Und er hat ja Zeit. Er hat 6-Darts-Zeit. Er muss gar nicht. Er muss gar nicht cool bleiben, ruhig bleiben. Ja, schön, 74. An nichts denken, sondern einfach jetzt weiter Dart spielen. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist... Eddie Lewis ist derjenige, der in der Bringschuld ist. Das geht hier gar nicht irgendwie wieder pro-deutsch oder sonst was. Natürlich freuen wir uns, Herr Bolle, nach so vielen Jahren hier mal so ein brillantes, vorgetragenes Spiel gegen so ein Monsterspieler zu sehen. Kevin Münch auf dem Weg in die zweite Runde, über die Nummer 7 der Welt, mit einer Leistung, die ich bisher noch nicht gesehen habe, im Alli-Palli von einem deutschen Spieler. Doppel-14-Matchstart für Kevin Münch. Doppel-8. Er ist drin. Jetzt ist die letzte Chance für Eddie Lewis angeräumt. 142. Und jetzt nicht anfangen zu denken. Das ist wirklich die einzige Gefahr, dass du dir plötzlich bewusst machst, was du hier leisten kannst. Was du hier schaffen kannst. Doppel-8. Die Matchstarts 3, 4 und 5 für Kevin Münch. Ja, und er ist drin. Kevin Münch bezwingt den Doppel-Weltmeister Adrian Lewis. Es ist unglaublich. Ein Wahnsinnsauftritt des 29-jährigen Bochumers. Klasse Match, Kevin Münch. Wer hier den größten Moment in seiner Karriere erlebt. Und für den deutschen Dartsport hier zelebriert. So ein Monsterspieler aus den ersten Szenen hier rauszunehmen. Kevin Münch, du hast Geschichte geschrieben. Klasse Match. Ich rufe von die beiden.